so leute ja dieser sehr sehr loyale treue hardcore supporter meiner youtube bzw twitch karriere hat mir ja schon bestimmt 45 mal verschiedene pakete geschenkt mit dem ziel diesen doppelrohr achter zu bekommen und jetzt hat er geschrieben eine letzte chance also hat mir noch mal 25 kisten geschenkt ja es kann nicht sein also irgendwie ich habe ich habe also ich habe zwei vermutungen also entweder habe ich schon zu viele achter premiums und das spiel denkt sich ach kommt er braucht doch eh keine zusätzlichen oder ja diese doppelrohr dinger waren wirklich nur die ersten ein zwei tage als lockmittel gedacht jetzt habe ich 25 stück bekommen von ihm nochmal vielen vielen dank sehr sehr großzügig er hat mir auch schon mauerbrecher vk als premium panzer geschenkt und jetzt die letzten wochen mehrere solcher pakete und jetzt machen wir mal zusammen 25 kisten auf also das sind mond kisten kiste nummer eins schauen wir mal 1250 gold 1250 gold 1250 gold sieben tage premium 3750 gold und ein garagenplatz 250 gold 250 gold eintag premium oh jetzt 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 das ist der e 75 ts ok e 75 ts ja immerhin ne immerhin geil ein achter war drin 250 gold eintag premium 250 gold eintag premium 1.500 gold ein garagenplatz 500 gold 250 gold 100.000 credits 250 gold 100.000 credits 250 gold 100.000 credits 250 gold 100.000 credits 250 gold 1.500 gold 1.500 gold 1.500 gold 1.000 garagenplatz 250 gold ein tag premium 500 gold 250 gold 7 tage premium 250 Gold, 100.000 Credits 250 Gold, 3 Tage Premium 500 Gold Ja, meine Damen und Herren, ein 8er Premium, der E75 TS war drin Aber der Doppelrohr war nicht drin Aber wir wollen ja nicht undankbar sein, ganz im Gegenteil Ich habe ja jede Menge Gold bekommen und den E75 TS Ja, der Doppelrohr sollte nicht sein Ich habe ja insgesamt, lass mich nicht Ich habe ja die Videos online Also ich denke mal, ich habe ungefähr an die 200 Kisten im Laufe der letzten Wochen von Zuschauern geschenkt bekommen Speziell auch von diesem Zuschauer sehr viele Ich glaube mindestens um die, keine Ahnung, 75 bis 100 Kisten waren von diesem Zuschauer Er möchte aber anonym bleiben, das akzeptieren wir an der Stelle Ja, und der Doppelrohr war einfach nicht drin Ja, aber ich denke mal Wie gesagt, ich habe mehrere Ich habe ja den Progetto bekommen Ziemlich am Anfang Hier diesen Progetto Premium Panzer habe ich bekommen Dann jetzt E75 TS Habe ich bekommen In den Kisten Mit Gold habe ich mir den AMX CDC gekauft Weil es waren ja auch sehr viel Gold in den Dingern Und gestern habe ich mir die IS6 gekauft Also man kann hier auf gar keinen Fall undankbar sein Vielen Dank auf jeden Fall an diesen Zuschauer Ich habe jetzt circa 74.000 Gold auf der hohen Kante Ich denke mal, ich werde mir jetzt noch ein, zwei verschiedene 8er Premium kaufen Aber ich will mir ein bisschen Zeit lassen Und in der Zeit werde ich den E75 TS hier ausrüsten Und vielleicht mal ein Ründchen für euch Let's playen Ja, dann wollen wir mal 100% Crew anwerben Bei mir bekommt jeder Panzer seine eigene Crew Ich habe es nicht so gerne ständig Zwischen Panzern und der Crew hin und her zu switchen Jeder Panzer hat bei mir eine eigene Crew So Ja, vielen Dank An den Zuschauer Vielen, vielen Dank War sehr großzügig die letzten Wochen Wollen wir mal schauen Sechster Sinn Klar Dann Was nehmen wir denn für das Ding Büchsenmacher Scharfschütze Geht immer klar Weitsicht Geht auch immer klar Kann man machen Das ist alles gut Ja, sehr gut Und dann Einmal kurz ja dann module was bauen wir denn da rein Tarnnetz bestimmt nicht Ansätze so 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 dann packen wir mal hier sowas rein annehmen ok da wir noch die Lampe nicht haben machen wir das Ding rein äußeres fertige Stile ok so 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 dann wollen wir mal eine Runde mit dem E75 TS wie gesagt vielen vielen Dank die ganzen Zuschauer die mir die letzten Wochen auf Twitch wo ich sehr aktiv bin donated haben vielleicht subs da gelassen haben oder so wie jetzt mehrfach von verschiedenen Zuschauern Kisten mir geschenkt haben ja vielen Dank sehr sehr großzügig danke auch speziell an dem Zuschauer hier dem ich jetzt schon mehrere Premium Panzer verdanke so wie den Mauerbrecher und dem VK und jetzt auch E75 TS und gestern IS-6 habe ich ja auch gekauft ja ich denke mal mit Premium Panzern bin ich jetzt langsam aber sicher gut versorgt ja es wäre nett wenn ihr mich auf Twitch besucht die Links dazu sind in der Videobeschreibung dort heiße ich Akko Power Twitch zusammengeschrieben Akko Power Twitch wie gesagt die Links dazu in der Videobeschreibung so dann wollen wir mal mal schauen was die Kiste denn so kann ja also vom Fahrgefühl vom Fahrgefühl merkt man einfach dass der relativ schwer ist ich denke mal mit dem kann man gut Leute weg rammen ich würde da nicht so weit vorfahren dass doch mal die Leute kommen ja die Crew ist jetzt halt nicht die beste da muss man ein bisschen aufpassen ich würde gerne die Gegner ein bisschen weiter hinten angreifen angreifen weil gegen ein Doppelrohr da jetzt irgendwie in die Mitte vorzufahren ich hätte jetzt nicht unbedingt Lust drauf ich glaube das ist klüger die hier abzufangen ich glaube das ist klüger die hier abzufangen mhm da kommt auch schon der E-Mail ja der Kollege da vorne den wollte ich eigentlich schon längst hier zurück verordern aber ja weil bei so vielen Panzern die dort kommen fortzufahren ist halt natürlich sehr schlecht ne zumal man kann hier nicht in Ruhe stehen weil man dann von da oben kassiert ne ja die Leute kriegen es halt nicht hin sauber zu stehen das ist halt sauber stehen arty safe und kreuzfeuer safe stehen ist natürlich hier der braucht da drüben auch Hilfe komm schon ey man Leute fahrt doch bitte jetzt nicht schon wieder in den Tod man komm ist doch sinnlos nein guck mal das Problem sind die in der Mitte kann man ja noch handeln aber von da oben gibt es immer kreuzfeuer hier rein ne ich glaube ich werde mal die 1er Linie ein bisschen machen weil die 1er Linie so hier der ist komplett afk oder was ist mit dem ja das ist schlecht wir haben hier zwei artis ne obwohl wir zwei artis hier stehen haben ist hier keiner mehr der dev ja da da wo warum ist die artis so weit nach rechts außen gefahren ich verstehe das gerade nicht wir arbeiten wo wir haben auf beiden seiten keinerlei spot mehr der eine ist viel zu weit vorgefahren hier auf der 1er linie ist natürlich dann im kreuzfeuer weggestorben auf der anderen seite der hügel ist auch nicht gespottet und gedefft da sind die auch komplett durch und hier in der mitte wurde sich mal wieder weggeschmissen wie immer ja so Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, also Zielerfassung ist katastrophal im Moment, weil ich eine sehr schlechte Crew habe. Ach, Jemeni. Ja. Puh. Ja. Tipps werden ja nicht verfolgt, beziehungsweise nicht umgesetzt. Ich sagte direkt am Anfang, geht bitte nach links und rechts, nicht in die Mitte. Ja, wir haben die linke und die rechte Flanke verloren. Ja, und somit waren wir irgendwann eingekesselt. Und ich hätte wahrscheinlich auch irgendeine Flanke nehmen sollen, anstatt da in die Mitte zu fahren. Na ja. Trotzdem 33.000 plus gemacht. Hm. Vielleicht ein bisschen, äh... Moment, Moment, Moment. Ich brauche die Lampe. Ja, schade. Wir gucken mal ganz kurz die Ergebnisse an. Ja. Ich meine, ich habe selber nicht viel gerissen, aber... Da in die Mitte zu fahren, ist natürlich dann sofort, äh... Ne. Jetzt zum Beispiel Samor hat da in der Mitte nichts zu suchen. Ne. Der hat nicht die Panzerung dafür. Der hat irgendwo auf den Flanken zu sein und dann am Ende die Gegner in der Mitte... ...sozusagen bearbeiten. Aber wir gucken mal. Wir haben ja eine zweite Runde. Wir gucken mal. Wir schauen mal. Wir gucken 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 mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 so schade der fährt jetzt durch tja unsere scouts kämpfen nicht gegen die gegner scouts das liebliche ich bin viel zu langsam und viel zu schwer aber ich muss jetzt wohl gegen die antreten mal der progetto ist da jetzt warum warum chillt jetzt der bett jetzt zwölftonner hier anstatt mal da drüben diesen typen zu jagen was soll das denn als ich bin noch zu langsam für seine aktion ja wasserseite verlieren wir auch ja unser unser scout scoutet halt die mitte nicht ne dementsprechend dadurch dass er hier rumgammelt verlieren wir halt sämtliche tds und mediums weil da keiner spottet oder deft ja 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 Ja, das kommt davon, wenn der eigene Scout ein Feigling ist und irgendwo rumgammelt, anstatt die Gegner-Scouts zu jagen bzw. überhaupt zu spotten. Ja, das stimmt. wir haben kein scout, ne? die gegner schon. ja, glückwunsch. herzlichen glückwunsch. so, das wird nix. ja, was soll ich sagen, es scheiterte an einem scout, der nicht scouten wollte, der jetzt im cap resettet wird. also er ist mehr mit schießen als mit scouten beschäftigt gewesen, der kollege hier, ne? unter anderem auch der t44er hätte dann auch irgendwann mal sich auf die... ich hab ja auch, falls ihr euch erinnern könnt, ich habe direkt am anfang geschrieben, bitte macht erstmal die scouts platt. und genau diese scouts haben dann am ende das spiel entschieden, habt ihr ja gesehen. naja, ist halt wie es ist. er ist ein bisschen langsam und behäbig, ne? dee75ts. und wenn du dann solche scouts hast, siehst ja im gegner team der scout, der hat halt komplett abgeräumt und unserer war irgendwo auf der wasserseite am gammeln anstatt zu spotten, ne? hat halt nix verstanden. ja, der hat praktisch nichts an spot damage geliefert, geschweige denn an damage. der t44er genauso. und von den... und von dem wollen wir erst gar nicht reden hier. das ist auch null und nichtig, ne? überhaupt kein spot damage, weil die viel zu früh dabei drauf gegangen sind. naja, was soll's. es ist wie es ist. wir sehen uns auf twitch. ich bin eh kein low tier fahrer. so 8er spiele ich sowieso sehr selten. bin eher so der tier 10 fahrer. also wir sehen uns auf twitch. akku power twitch. bis dann. danke. vielen dank. vielen vielen dank. bis dann. ciao.